Ich bin Joscho und ihr seid hier richtig herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück. Ja heute habe ich leider schlechte Lichtperspektiven hier. Einmal natürliches Licht von da und einmal künstliches von da. Sorry deswegen, aber ich wollte euch jetzt einfach mal kurz zeigen was bei mir eingedrückt ist. Ich habe ein Paket von Brezmedia bekommen. Ich habe es leider schon ausgepackt, aber wie man es kennt Brezmedia immer, außer dass jetzt da bei DVD etwas eingedrückt war, aber so wie das verpackt ist immer bei Brezmedia, kann man da nichts verkehrt machen. Also wie immer klasse und natürlich von vorher alles eingedrückt. Genau. Und ich hatte mir bestellt, einmal das Tanz der Teufel, ähm, Mediapok mit der 4K Variante, Ton ist aber leider nur, äh, DTS HD Master 2.0 Mono. Aber es ist eigentlich fast noch ein Schade, ne, aber ich wollte es trotzdem haben mit der 4K jetzt. Mal schauen, wie die Quali ist. Und ja, da habe ich auf jeden Fall die Nummer 363 von 666. Na. Und ich habe den nur auf DVD und jetzt freue ich mich, dass ich den auch endlich mal als Mediapok habe. Genau. Und wie ich das jetzt schon erfülle, ist der FSK Flatschen außen auf der Folie drauf. Ja. Dann kommen wir gleich zum zweiten und letzten, was ich mir noch bestellt habe. Und das ist Armee bisher. Und ja, da schauen wir mal. Es hat verschiedene Tonarten, weil jetzt so viele Fassungen drauf sind. Es ist die Europa-Fassung, es ist die US-Kino-Fassung drauf, es ist die Directors Cut-Fassung, es ist die US-TV-Fassung. Also auch, es sind verschiedene, äh, äh, Tonarten natürlich dann auch drauf. Das meiste ist Stereo, was ich Deutsch sehen kann. Ja. 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 Englisch ist 5.1, aber Deutsch ist 2.0. Genau. Genau. Und da habe ich die Nummer 400 von 600. Natürlich, äh, werde ich da demnächst noch, äh, hot oder short videos machen, kommt. Also schon ziemlich zeitnah mit dem Video. Also seid gespannt. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit meinem kleinen Breeds Media, Einkauf bei Breeds Media Video. Und ja. Macht's gut. Bis bald. Haut rein. Servus.